Heute sind die Refrains dran. Los geht's, auf geht's! Die Kopfstimme da auf einmal. Was macht die Kopfstimme denn? Geht um. Ich trampel heute so. Ich trampel heute so? Ja, leg mir eine Gymnastikmarte runter an. Zeit für mich jetzt hier mal wieder in die Wärmehose einzusteigen. Es ist zwar Ostern vorbei, aber deswegen kann so arme Bands wie wir sich jetzt endlich Osterhasen kaufen. Zum günstigen Oster-Nach-Osterpreis. Lila oder golden. Man kann reinbeißen, sie verkehrt rumhalten oder auch den Andi, der gleich mit der Bodenmatte kommt, schlagen. Mann, wenn ihr das sehen könnt. Trittschallschutz. Das hat auch gleich einen Covid-Instand. Mit Bodenmatte macht sich das gleich tausendmal besser. Haufen Boxkampf. Ja, es wird auch noch weniger. Naja. Not? Ja. Ich hechos. Ohaja. Jochen Graf! Keinбine. FAPP. Bis zum nächsten Mal.